Zu einer Beziehung gehört sehr vieles dazu, aber keiner hat die Aufgabe, Wunder von anderen zu heilen, Probleme zu lösen und erst recht gar nichts mit Problemen zu konfrontieren, die der Partner von Ex-Partner mitgebracht haben. Es ist sehr wichtig, dass man ehrlich ist und vor allem zu sich selber. Und ihr Mann, der ein Trauma erlebt hat in einer Beziehung, ist nicht dazu bereit. Eine andere Beziehung einzugehen, das muss man erkennen, akzeptieren, da gehört ein Stück Verantwortung dazu, zu sich selbst und dem anderen gegenüber. Wir müssen zu uns reinschauen und die Größe haben, Hilfe zu suchen, weil man Hilfe braucht.